Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Pokémon Techniques auf Nintendo Switch oder Pokken Tournament X. Ja, wir sind hier unterwegs, Punkte am Sammeln, am Punkte sammeln, so rum. Und momentan klappt es eigentlich ganz gut. Wir sind momentan warm gespielt, deswegen spiele ich mal weiter die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viel Teil ich jetzt schon aufgenommen habe mittlerweile. Äh, 4. Das fünfte mache ich gerade. Okay. Machen wir mindestens 6 Stück. Kommt wieder sowieso so dämlich. Ich brauche eigentlich nur die Hyper-Static-Anzeit zu machen. Den blockt er nämlich nicht. Okay. Okay. Oder? Auch nicht. So. Das war's. Hey, eine Herausforderung. Wen haben wir da gefunden? Mach weiter nicht wappen. Gruppe E4 aus Italien. Salute. Filippo. Siege 5 mit Knackrack. Na gut, okay. Siege 5. Okay. Knackrack. Yay. Aber Gruppe E4. Ja gut. Hier muss man ja nicht zu viel sagen. Ich habe aber schon gegen Gruppe E4 verloren. Wo wir noch Gruppe D1 waren. Und ich glaube sogar auch schon bei Gruppe C5. Das er auf dieser kurzen Distanz diese Attacke macht. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Die Attacke macht er wohl gern. Respekt. Na gut. Dann müssen wir halt auseinander nehmen. Das er es aber auch immer machen muss, wenn ich gerade da oben bin. Ich würde sagen, ich mache keinen Schaden. Oh yeah. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich wurde aber still, ich musste mich einfach konzentrieren. Knacklag ist ein schwieriger Gegner, weil der halt immer so verdammt viel Schaden macht. und er hat unbequem attacken aber gut wir haben gewonnen gut betteln ich habe nicht gelacht neue herausforderung feuer mit c5 glaube ich habe ich 777 aus amerika mit routine auch kein lieblingsgegner von mir schauen wir machen von dem euro alles klar das lieb passt ja richtig es war nicht dasselbe gegner wie vorher die attacken wollte ich eigentlich gar nicht hey ich darf ja wohl nicht wahr sein unfassbar ja 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 da war der tag wohl ein bisschen zu langsam echt jetzt will mich doch tatsächlich fertig machen kann sein ja meine güte glück ab gut battle beide grobe c5 das ist spannend das finde ich gut ja 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 Es müsste dann irgendwie gefeiert werden, falls ich mal Gruppe C4 werden sollte, wie auch immer. So, einen Kampf kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Wir sind bei 10,5 Minuten. Also wir kriegen jetzt 5 Minuten lang Computer. Was ich jetzt mal nicht denke, aber wer weiß. Auf jeden Fall bleibe ich natürlich dran. Wie gesagt, Aufstiegsrunde Naht, das ist... geil. Wen haben wir da? Der Alex aus Deutschland. Hello, Abstiegsrunde. Oh, der Arme. Koppel D3, 169 Siege und Silvaro. Silvaro ist natürlich auch sehr unbequem, aber... Mit der Ware habe ich eigentlich gute Erfahrungen. Mal gucken, ob er es mir versaut oder nicht. Eigentlich wollte ich gleich gerade Block machen, aber gut, okay. Z poneck mal. Tier 3 Ja! Tier 3 Tier 3 Pferde 5 Tier 3 Du hast Verprofitfolgen gemacht, Tier 2 Tier 3 Ag Jacques Tier 3 A okay alex üben paar kombos und wechselt deine deine attacken ab dann rhythmus wechseln nein, diese mausage ist richtig gut nein 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 Das war's für heute. Oh, armer Alex, sorry, aber wenn du willst, warte mal, ich blitz nochmal ein, die Nachricht, so, hey. Wer möchte, Discord, kannst mir gern folgen, Abschiedsrunde nach, oh, wie heißt das denn? Hier sind wir 14 Minuten, ich weiß nicht, nehme ich noch einen Kampf auf? Ja, komm, wir überziehen mal ein bisschen. Alex, vielleicht sehen wir uns wieder. Abonniere mich auf YouTube, dann können wir auf jeden Fall Kontakt halten, vielleicht können wir auch ein bisschen trainieren, wer weiß. Noch ein Silvaro, aus Japan, Konnichiwa, auch Gruppe C5. 702 Siege. Gut, die muss ja nicht unbedingt ein Silvaro haben, aber er hat schon über 1600 Kämpfe, das ist natürlich schon wieder was anderes. Wer weiß, abwarten, ob wir es schaffen. oger,er,er,er,er,er,er,er. Das ist ein Angerays. Dr. este ist ein un, das ist ein jares Isto, das ist es eben, dass ein 세ht, Sta. Wir machen immer anderen Sterne,er,er,er. Ja. Ich Laboraty,er,er,er,er,er. Nein! Hm. Deswegen ist diese Ware verlieren. Ich bitte dich. Ich meine, ich kann natürlich auch genau gegen Silvaru verlieren. Sieht mir ja gegen meinen Kumpel. Oh, Dardus schützt und nicht mehr viel gebracht. Oh. Gut, Combo. Haha. Zum Glück ging er daneben. Okay, 1-1. Sehr gut. Komm schon. Das ist wirklich so großartig. Es ist ganz suivant wenn es um die jawohl geil guter kampf aber ich kann es immer wieder wiederholen wie eigentlich gegen einzelnen gegner den ich bis jetzt hatte gut gehen gut betteln ja was vorne okay das war es allerdings für heute wir sind bei knapp 18 minuten ich danke für das zuschauen es läuft gut momentan die aufstiegsrunde naht steht schon die ganze zeit das heißt nächsten teil könnten wir eventuell gruppe c4 hochsteigt das wäre geil wunderbar alex wie gesagt angebot steht noch du kannst mich abonnieren du kannst mich liken auf youtube ja auch immer und dann können wir vielleicht auf discord uns noch unterhalten wir können trainieren zusammen wenn du willst melde ich einfach ja danke fürs anschauen und ich hoffe wir sehen uns über morgen wieder und auch bei anderen let's plays viel spaß auf jeden fall auf youtube und auf meinem kanal wie gesagt vergesst kein daumen hoch und abo bis dann